Und somit können wir dann immer wieder 70 Euro verdienen. Herzlich Willkommen zu diesem Video und heute gibt es mal den faulsten Weg überhaupt Geld zu verdienen. Und zwar könnt ihr mit der heutigen Methode immer wieder über 70 Euro verdienen und das mit sehr wenig Aufwand. Dass das Ganze wirklich funktioniert, werde ich in diesem Video natürlich ganz genau beweisen. Also legt jetzt alles andere beiseite und schaut dieses Video auf jeden Fall unbedingt konzentriert bis zum Ende an. Denn wir werden uns heute mal eine extrem spannende Methode anschauen, mit der man es schaffen kann, jede einzelne Stunde immer wieder 70 Euro oder sogar mehr zu verdienen und das Ganze eben auf seriöse Art und Weise mit relativ wenig Aufwand. Das Beste ist, man braucht keine besonderen Fähigkeiten und auch keine Erfahrung, um mit dieser Methode Geld zu verdienen. Außerdem spielt es keine Rolle, wie alt man ist oder was man bisher beruflich oder schulisch gemacht hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Gebt jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für mehr kostenlose Videos zum Thema Online Geld verdienen und dann geht es auch direkt schon los. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Schauen wir zuerst natürlich das Allerwichtigste an und zwar, wie viel wir denn genau verdienen. Wir können mit dieser Methode immer wieder 70 Euro pro Stunde verdienen, teilweise auch mehr. Wir rechnen jetzt einfach mal mit 70 Euro pro Stunde, das heißt 70 Euro für eine Stunde Arbeit. Und wenn man jetzt so einen normalen Arbeitstag hätte, man kennt es ja, 8 Stunden Arbeit, also mal 8, da hätte man tatsächlich an einem einzigen Tag schon über 560 Euro verdient. Und jetzt werden einige sagen, ja Leon, schön und gut, zeig mal, ob das Ganze wirklich funktioniert. Und das werde ich natürlich jetzt ganz genau machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das Ganze besonders für faule Menschen interessant ist. Und dazu gibt es jetzt die Lösung. Und zwar zum einen kann man das Ganze von überall aus machen, das heißt sogar auch vom Bett aus. Man kann es von zu Hause aus machen. Das heißt, man muss nicht mal aus dem Haus gehen. Man kann das Ganze entspannt zu Hause in einem Zimmer seiner Wahl machen, meinetwegen auch im Bett. Also es ist jedem selbst überlassen. Ihr werdet noch nachher im Laufe des Videos sehen, warum. Und dann werdet ihr ganz genau verstehen, wie genial diese Methode wirklich ist. Jetzt werden sich einige denken, klingt interessant, aber was muss ich denn jetzt genau machen? Und dazu gibt es jetzt die Lösung. Und zwar muss man sich einfach nur ein paar Audiodateien anhören und das Gesagte, also das, was man dann eben hört, das muss man dann einfach nur aufschreiben. Klingt interessant, ist es auch, wie das Ganze funktioniert und wie man damit Geld verdienen kann, das zeige ich euch jetzt. Das Beste dabei ist, man kann sich die Themen der Audiodateien teilweise selbst aussuchen. Das heißt, es ist auch noch richtig spannend und gleichzeitig wird man dafür auch noch bezahlt. Und jetzt werde ich euch verschiedene Webseiten vorstellen, auf denen ihr mit genau dieser Strategie Geld verdienen könnt. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit der Plattform Emberscript. Die Plattform Emberscript habe ich tatsächlich noch nie auf diesem Kanal hier vorgestellt, also eine komplett neue, brandneue Methode zum Geld verdienen. Hier könnt ihr eben von überall aus arbeiten, das heißt von zu Hause aus, aber auch von zwischendurch. Wichtig ist natürlich nur, dass ihr eben Internet habt und ihr könnt natürlich auch arbeiten, wann immer ihr wollt. Also zum Beispiel auch mitten in der Nacht oder auch eben natürlich tagsüber oder in der Mittagspause. Also das ist euch ganz überlassen und ihr bekommt hier jeden Monat eure Auszahlung, egal ob ihr 10 Stunden gearbeitet habt, eine Stunde gearbeitet habt oder eben zum Beispiel 40 Stunden gearbeitet habt. Worum geht es hier? Hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zum Beispiel hier als sogenannter Transkriptor bzw. als Transkriptorin. Was macht ein Transkriptor bzw. eine Transkriptorin? Es hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, aber im Prinzip ist es nicht schwierig und zwar man hört sich erstmal eine Audiodatei an und dann muss man eben einen automatisch generierten Text überarbeiten. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Song oder eben einfach einen Vortrag von einem Redner oder was auch immer und diese Audiodatei müsst ihr euch anhören. Und dann wird eben, wie auch auf YouTube hier zum Beispiel mit den Untertiteln, wird dann eben ein Text eingeblendet und ihr müsst einfach kontrollieren, ob dieser Text eben richtig ist. Und dann müsst ihr eben das Ganze eben einmal überarbeiten und müsst dann eben den richtigen Text dafür hinzufügen und würdet dafür tatsächlich 45 Cent bis sogar 1,20 Euro pro Audio bzw. Videomaterial Minute bekommen. Wir rechnen das Ganze jetzt einmal aus bzw. ich habe es natürlich schon vorbereitet. Das heißt, wenn ihr hier eben ganz einfach zum Beispiel 1,20 Euro pro Minute bekommt und dann eben das Ganze bei einer Audiostunde macht, also eben mal 60 Minuten, dann hättet ihr tatsächlich hier schon über 72 bzw. über 70 Euro, nämlich 72 Euro verdient und das mit einer relativ einfachen Möglichkeit. Wenn ihr hier bei Emberscript starten wollt, dann geht ihr einfach auf die Seite, scrollt ganz nach unten, dann erscheint der Punkt Transkriptor werden bzw. bei Emberscript arbeiten und dann klickt ihr auf Jetzt bewerben drauf. Dann öffnet sich schon hier die nächste Seite, wenn das Ganze lädt und ja, dann könnt ihr euch hier einfach ganz einfach mit E-Mail-Passwort anmelden, könnt euren Account eben erstellen, kostenlos natürlich und könnt direkt auch schon starten. Übrigens für alle, die auch lernen wollen, wie man es schaffen kann, sich ein passives Einkommen aufzubauen, wie man es teilweise auch schaffen kann, im Schlaf Geld zu verdienen, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch eine spannende Methode verlinkt und jetzt geht es weiter mit der nächsten Plattform. Ja, gleich geht es weiter mit der nächsten Plattform. Vorher natürlich noch ein letztes Mal der Hinweis, meldet euch zu dem kostenlosen Zoom-Event an. Link dazu in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr bei Emberscript nicht angenommen werdet, gibt es jetzt noch mal eine Alternative und zwar die Plattform Abtipper. Alle Infos dazu gibt es jetzt. Abtipper.de ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Plattform zum Online-Geldverdienen und hier geht es auch wieder um sogenannte Transkription, aber alles eben hundertprozentig auf Deutsch und wieder ohne Startkapital und ohne Risiko. Das heißt, hier läuft es eben folgendermaßen ab. Ihr könnt euch hier komplett kostenlos anmelden und könnt dann eben eine Audiodatei, die euch dann zugeschickt wird, die könnt ihr dann eben abtippen, wie es auch schon der Name der Plattform Abtipper sagt. Das heißt, wenn an der Audiodatei zum Beispiel gesagt wird, mein Name ist Leon Kramer, dann müsst ihr einfach dieses, was gesagt wird in der Audiodatei, müsst ihr einfach ausschreiben, müsst denen das zuschicken und dafür werdet ihr bezahlt und das sogar für jede einzelne Minute. Jetzt natürlich das Wichtigste am Anfang, wie viel kann man denn damit verdienen und das werde ich jetzt einmal zeigen. Ja, und hier sehen wir auch schon, wie viel man damit verdienen kann. Das geht, wie gesagt, nach Minute. Und hier sehen wir auch schon alleine bei den einfachen Transkriptionen, also bei den wirklich einfachen Texten, keine wissenschaftlichen Texte, keine professionellen Texte, sondern ganz einfache Texte, beziehungsweise ganz einfache Audios. Da gibt es eben 1,31 Euro pro Audiominute. Das heißt, 1,31 Euro mal 60 sind wir hier dann bei schon 78,60 Euro pro Stunde. Ja, dann geht es weiter. Wie sieht es dann bei wissenschaftlichen Audios aus? Dort gibt es 1,55 Euro pro Audiominute. Das heißt, rechnen wir das Ganze nochmal aus. 1,55 Euro pro Minute mal 60 Minuten für eine Stunde ist man da schon bei 93 Euro pro Stunde. Und bei den erweiterten Optionen hier ist man schon bei 2,37 Euro pro Audiominute, was natürlich ziemlich gut ist. Über 5 Euro, ja, in gerade einmal 3 Minuten wären das schon. Das heißt, wir rechnen das Ganze einmal aus. 2,33 Euro und ja, mal 60 ist man hier dann schon bei über 142 Euro pro Stunde. Natürlich muss man dazu sagen, hier geht natürlich auch dann noch ein Teil an die Plattform ab. Aber trotzdem ist es eine Einnahmequelle, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Vor allem, weil das Ganze eben komplett ohne Risiko ist. Ja, wenn ihr hiermit starten wollt, dann geht es jetzt hier mit auf der nächsten Seite weiter. So, und zwar könnt ihr euch hier bei einem sogenannten Kontaktformular dann bewerben. Das heißt, es gibt hier drei Schritte. Ein Bewerbungsformular, dann muss man zunächst einmal das Ganze ausfüllen, werde ich euch gleich zeigen. Dann gibt es hier Probeaufgaben. Das heißt, ihr bekommt dann eine E-Mail mit kurzen Probeaufgaben und wenn ihr die Aufgaben gelöst habt, bekommt ihr sogar schon 10 Euro. Das ist natürlich auch schon mal super. Und ja, dann könnt ihr auch schon mal testen, ob das Ganze was für euch ist. Dann geht es weiter und könnt ihr eben, falls ihr angenommen werdet, könnt ihr dann aufgenommen werden in den sogenannten Abtipperpool. Das heißt, die überprüfen dann eure Ergebnisse, ob ihr auch zu denen passt. Und dann könnt ihr auch schon die Aufträge übernehmen und Geld verdienen. Ja, hier unten schauen wir uns natürlich auch nochmal das Bewerbungsformular an. Ganz normal, Name, Nachname etc. Und ja, bevor ich gleich hier zu der Rechtsform etc. komme, nochmal eine ganz wichtige Sache. Und zwar, es gibt hier wirklich zahlreiche verschiedene Bereiche, beziehungsweise auch verschiedene Dialekte. Das heißt, das ist auch eine Plattform, die wirklich auch für Deutsche besonders interessant ist. Warum? Weil man hier auch wirklich nach Dialekt arbeiten kann. Wir haben ja hier auf dem YouTube-Kanal Leute aus ganz Deutschland, natürlich auch aus anderen Ländern. Aber hier primär aus Deutschland haben wir natürlich auch hier dementsprechend die verschiedenen Dialekte oder Akzente mit dabei. Zum Beispiel hier, ja, bayerischen Dialekt oder Berliner Dialekt. Was auch immer für einen Dialekt ihr hier mit dabei habt, könnt ihr alles eben ankreuzen. Das heißt, ihr könnt hier auch nochmal die Themengebiete eben angeben. Das heißt, für welche Audiodateien interessiert ihr euch? Das heißt, wenn ihr beispielsweise, so wie ich, am Thema Fitness und Ernährung Interesse habt, beziehungsweise, ja, euch damit auch ein bisschen auskennt, beziehungsweise, das muss man gar nicht, weil es ja eben eigentlich nur darauf ankommt, ja, hier Sachen abzutippen, dann würde ich jetzt beispielsweise hier das Thema Ernährung vielleicht mal auswählen. Und da könnt ihr noch weitere Fremdsprachen angeben. Das ist allerdings kein Muss. In meinem Fall würde ich jetzt hier zum Beispiel noch natürlich Englisch angeben oder auch zum Beispiel sowas wie Mandarinen, weil ich auch mal an der Uni Mandarinen hatte. Ja, ist jetzt aber wie gesagt kein Muss. Ansonsten könnt ihr ja natürlich noch ein Dialekt angeben, beispielsweise den Berliner Dialekt oder auch den, ja, bayerischen Dialekt und so weiter und so fort. Ja, und jetzt kommen wir natürlich noch zu einer wichtigen Sache. Und zwar, wie sieht es aus? Braucht man dafür ein Gewerbe? Und ja, das braucht ihr, weil ihr hier zum Beispiel eintragen müsst, was für eine Rechtsform ihr habt. Natürlich in den meisten Fällen Einzelunternehmer. Und weil ich natürlich weiß, dass viele noch gar kein Gewerbe haben, haben wir da natürlich auch eine Lösung für euch im Programm. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr einfach mal ein Geschenk im Wert von 400 Euro gratis bekommen könnt. Und nein, es ist kein Fake, denn über 20 Zuschauer haben das Ganze schon gemacht. Und du kannst das Ganze jetzt auch machen in drei einfachen Schritten, die ich jetzt ganz genau erkläre. Also bleib unbedingt dran. Und zwar in Schritt 1 meldet ihr euch auf dieser Seite an. Hier seht ihr auch mein Bild, Leon Kramer. Und hier könnt ihr dann euch kostenlos registrieren. Hier in wenigen Minuten, hier steht es auch für 0 Euro. Das heißt, hier drauf klicken und kostenlos anmelden. Dann öffnet sich diese Seite. Hier könnt ihr dann einen kostenlosen Account erstellen mit Wohnsitz. Dann dann Nummer und E-Mail und Passwort eingeben. Wichtig, ihr bekommt einen Sicherheitscode per SMS zugeschickt. Den müsst ihr eingeben, um zu bestätigen, dass ihr ein echter Mensch und kein Roboter seid. Und dann müsst ihr noch einen kleinen Einstellungstest absolvieren. Alle Infos zu den Tests habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort wird das Ganze ganz genau für Anfänger erklärt. Und wenn ihr dann den Test bestanden habt, ich werde euch dazu auch nochmal ein Video hier oben rechts einblenden. Dann geht es weiter und zwar mit dem nächsten Schritt. Und zwar, so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr euch angemeldet habt. Dann gebt ihr bei der Suche Finanzbonus zusammengeschrieben ein. Ohne Leerzeichen, großes F, großes B. Finanzbonus, so sieht das Ganze dann aus. Dann müsst ihr hier das Ganze einmal auswählen. So, hier haben wir das Ganze. Und hier sehen wir schon, hier könnt ihr eben dann den Finanzbonus bekommen. Tatsächlich einen Bonus im Wert von über 400 Euro. Und dazu klickt ihr dann hier einfach auf das Kopieren drauf. Das heißt, hier dann raufklicken und hier dann das Kopieren starten. Entweder mit 50% oder mit 100%. Dann hier das Kopieren starten. Zack. Und dann, wenn ihr das Ganze gemacht habt und bestätigt habt, dann müsst ihr hiervon ein Beweisbild schicken, dass ihr ein neuer Kopierer seid. Und zwar an diese E-Mail-Adresse, die ich hier einblenden werde. Finanzbonus400atweb.de Und dann bekommt ihr von mir persönlich ein Geschenk im Wert von 400 Euro zugeschickt. Und ja, dann könnt ihr hier eben auch starten. Hier geht es eben darum, dass man eben sich ein passives Einkommen aufbauen kann. Das heißt, hier, wenn ich zum Beispiel 5 Euro Gewinn mache, macht ihr auch 5 Euro Gewinn. Wenn ich hier zum Beispiel heute vor 30 Minuten 180 Euro Gewinn mache und das ist durchaus ein sehr, sehr gutes Ergebnis, dann macht ihr auch diesen Gewinn und das eben mit einem einzigen Klick. Und für alle, die hier als Kopierer schon dabei sind, habe ich euch eben die Seite in der Videobeschreibung verlinkt. Seid hier auf jeden Fall dabei. Und da habe ich auch einige Fragen zu bekommen. Wenn man hier Kopierer werden möchte, muss man am Anfang einen kleinen Betrag eben einzahlen. Aber man bekommt eben auch hier täglich die Gewinne und man bekommt eben auch das Geschenk im Wert von 400 Euro. Also lohnt es sich auf jeden Fall auch. Seid dabei, Link dazu in der Videobeschreibung. Holt euch jetzt noch euer 400 Euro Gratis-Geschenk ab. Ja, nutzt diese Chance auf jeden Fall. So eine 400 Euro Aktion gab es noch nie. Geht jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und meldet euch hier über diese Seite kostenlos an. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein komplettes Tutorial zu der 400 Euro Aktion haben wollt, klickt jetzt auf das Video, was ich in der Mitte einblenden werde. Denn dort zeige ich auch Schritt für Schritt, wie ihr den Einstellungstest bestehen könnt. Das heißt, klickt jetzt auf das Video, was ich in der Mitte einblenden werde. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.